Ich heiße nicht nur CaptainDucks, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit EagleDynasty. Ja, nach meiner zweiwöchigen Pause von YouTube, in der ich mich so ein bisschen auf andere Dinge konzentriert habe, geht's jetzt hier weiter. Ich habe alle Commands vergessen, ich habe alles vergessen, was wir in diesem Dorf jemals getan haben. Ich muss mich erst mal wieder reinfinden, aber ich hoffe, das ist verständlich für euch. Und ich gucke mal, was wir jetzt noch so machen können, was noch gemacht werden muss. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Let's go. Du bist schmutzig. Ich sollte mich erst mal waschen. Ich sehe ja aus. Guckt euch das an. Da, wie dreckig ich bin. So, jetzt sind wir wieder sauber. Trinken wir noch was? Top, sehr gut. Ich gucke noch mal ganz schnell, wir haben da oben fünf Probleme. Jetzt nicht mehr jetzt gerade Feierabend, aber ich gucke trotzdem mal in der Verwaltung, was haben wir denn gerade für Probleme. Die Mine hat kein Werkzeug. ETF. Echt nicht? Okay, das sollten wir beheben. Ansonsten sieht es ganz gut aus, hier fehlen Ressourcen in der Näherei und in der Scheune, also wie immer. Aber Mine hat kein Werkzeug. Das sollten wir fixen. Es war ja das Problem, dass wir zwar schon Eisenerz abbauen, aber damit nichts herstellen können. Weil uns die Punkte fehlen, die Technologie-Punkte dafür. Also müssten wir, wir müssten aus Bronzebarren, müssten wir Spitzhacken bauen. Und dafür muss ich erst mal Zinn abbauen. Habe ich noch Zinn im Lager? Erstmal können wir ein paar Kupferbarren mitnehmen. Und wo ist mein Zinn? Zinn, 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 Zinn. Da. Fünf. Okay. Und einen Bronzebarren habe ich noch. Gut. Jetzt schmelzen wir doch mal den Bums, den Zinn erstmal. Da können wir auch nochmal fünf Barren draus machen. Und dann Bronze. Fünf Barren. Okay. Oh, läuft. Es gab ein Update. Da unten das Symbol für... In die Richtung. Das Symbol für, dass wir überlastet sind, ist jetzt anders. Das ist jetzt so gelb und dann wird es langsam rot. Weißt du, was ich meine? Das war vorher anders. So drei Bronze-Spitzhacken können wir jetzt bauen. Ich hoffe, die halten eine Weile. Okay, ansonsten können wir, glaube ich, in den Herbst gehen. Ist das... Warte mal. Ja doch, es ist Sommer gerade, ne? Sonst wären die Bäume anders. Haben wir... Haben wir jetzt im Sommer schon alles geerntet hier? Kirschenmäßig und so? Ja. Also Rüben sieht es auch nicht aus, als ob da Kirschen noch dran sind. Okay, dann gehen wir in den Herbst. So, neue Jahreszeit. Neue Verwaltung. Gucken, ob wir jemanden haben, der jetzt wieder frei ist. Nö. Aber wir haben bestimmt neue Mütter. Wir haben noch zwei schwangere. Zwei schwangere Frauen. Dann gucken wir mal bei den Berufen nach, ob da alles noch besetzt ist. Im Holzschuppen fehlt einer. Weiß nicht, ob das schon vorher der Fall war. Grabungsschuppen haben wir ja stillgelegt. Das ist so, okay. In der Scheune haben wir nur noch einen. Der Schweinestall muss separiert werden. Haben wir bei den Häusern noch was, was separiert werden muss? Nö. Nur der Schweinestall. Okay. So, Tiere. Der Hühner läuft. Schweine. Schweine haben wir nichts Neues bekommen. Schafe habe ich sowieso den Überblick verloren. Wir haben 23 Schafe. Bei den Rindern haben wir ein neues Kälbchen. Ein Bullenkalb. Bei den Pferden hat sich auch nichts getan. Okay. Na schön. Oh, es ist windig. Heute ist es windig. Hatten wir das schon mal, dass es windig ist? Es kommt mir gerade so neu vor. Windig kommt mir gerade so neu vor. Genau. Wir müssen den Schweinestall reparieren. Aber ich gucke erst mal auf die Felder, ob da alles geklappt hat. So, auf jeden Fall kann Mohn geerntet werden. Hier muss noch gepflügt werden. Weizen. Aber sieht ganz gut aus. Der Hafer hat auf jeden Fall gut geklappt. Wir können noch mal Kohl ernten. Ja, doch. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Also das kommt mir neu vor, dass das windig ist. Hatten wir das schon vorher? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Oder kam das jetzt mit einem Update? Alter, dieser Sound auf den Ohren ist auch ein bisschen nervig, muss ich gestehen. So, hier haben wir ein Loch im Dach. Okay. Wir können mal wieder Kacki einsammeln, ne? Hier ist schon wieder voll bei den Schweinen. Übrigens würde ich gerne, glaube ich, bei diesem Rhythmus bleiben, dass wir alle zwei Tage mit IG aufnehmen und auf YouTube veröffentlichen und an den anderen Tagen halt irgendwas anderes spielen und aufnehmen und auf YouTube veröffentlichen. Ich werde aber auf jeden Fall Entschrouded nicht mehr aufnehmen. Vielleicht noch eine Folge, in der ich so ein bisschen was zeige. Weil ich in der Zeit, in den zwei Wochen jetzt natürlich auch ein Game gebraucht habe, was ich so zocke, ne? Was ich so zum Runterkomme. Und da habe ich leider sehr viel Entschrouded gespielt. Und das Spiel richtig schön liebgewonnen. Allerdings bin ich an einem Punkt in dem Spiel, wo ich sage, okay, da können wir jetzt nicht nochmal mit der Aufnahme rein starten, weil ich eigentlich schon im Endgame bin, sage ich jetzt mal. Da haben wir jetzt zu viel verpasst und so. Und irgendwie ist das auch ein Game, wo ich sage, dass da habe ich keine Lust auf Aufnahme oder so. Das spielt lieber für mich so in ganz in Ruhe, ne? Deshalb suche ich gerade noch so ein bisschen ein Game, was wir abwechselnd zu Mad Eagle spielen können. Und es gibt ja... Es gibt ja... Ich weiß nicht, ob das von den gleichen Entwicklern ist. Äh, berichtigt mich. Aber es gibt ja auch noch andere Dynasty Games. Und es gibt nämlich noch Sengoku Dynasty. Was, ähm... Das gleiche ist, was wir hier auch tun. Nur im mittelalterlichen Japan. Und da hätte ich schon Bock drauf. Ich weiß, dass das Game nicht so gut ist, beziehungsweise auch nicht so gut aussieht, wie, äh, Mad Eagle. Mad Eagle ist natürlich ungeschlagener Platz 1. Äh, was diese Dynasty Games angeht. Aber Sengoku Dynasty würde ich mir sehr, sehr gerne mal angucken. Und eventuell machen wir das dann auch in der Aufnahme und, äh, uploaden das, abwechselnd zu diesem Spiel hier. Wenn ihr das feiern würdet, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr das Game sogar auch schon selber gespielt, Sengoku Dynasty. Ich weiß von nem, von nem Kollegen, der, äh, auf Twitch unterwegs ist, der, äh, gesagt hat, dass er das Spiel auch schon gespielt hat und meinte, das ist jetzt nicht so, nicht so gut für Singleplayer. Aber das hab ich schon oft gehört bei Games, die ich dann doch Singleplayer gespielt hab. Also, das hat jetzt nicht so viel zu sagen. Aber es könnte sein, dass das vielleicht ein bisschen heavy wird im Singleplayer. Aber mal gucken. Ähm. Und wir müssen gucken, ob's in diesem Spiel auch einstellbar ist, dass man schnell craftet, wie hier. Weil sonst wär das, glaub ich, dass das, es wär schlecht für die Aufnahme, wenn einfach Zeit in der Aufnahme vergeht, in der ich nichts sage und einfach nur drauf warte, dass wir 73 Mal Fleischbraten oder so. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich verlorene Zeit, so ein bisschen. Naja, also ich guck, ich beschäftige mich so ein bisschen, äh, mit der, mit der Thematik, guck mir das Game nochmal so ein bisschen vielleicht in einem, in einem Let's Play von einem anderen an. Und, ähm, und ihr schreibt mir einfach mal, was ihr von der Idee halten würdet. Wir können natürlich auch, äh, wenn, wenn euch die Idee mit, mit, mit dem mittelalterlichen Japan nicht gefällt, können wir natürlich auch sowas wie, wie Ostriff oder sowas spielen. Hieß das so? Ja, es hieß so, Ostriff, genau. Da spielt, da spielt man im Prinzip auch eine mittelalterliche Siedlung, die man aufbaut, ist ein Aufbauspiel, allerdings ohne, ohne Third Person hier wie hier, sondern einfach nur von oben und man baut es auf und man verweitet da so ein bisschen sein eigenes kleines Dörfchen. Äh, hätte ich auch Bock drauf. Ähm, wenn ihr das lieber sehen würdet, schreibt's gerne in die Kommentare. Wir haben auch wieder die, äh, die Quest aktualisiert, da sollten wir auf die nächste Jahreszeit warten. Äh, die Stimme des Volkes, also immer noch die Wahl in dem, äh, in dem, äh, Seedorf, die, äh, wo es ja Quest an Quest immer weitergeht. Ja, besorge ich mir jetzt mal meinen, meinen, meinen Gaul und dann, äh, gucken wir da mal rüber. Was wir auch unbedingt heute noch, äh, machen müssen ist, ähm, ich hab gesehen, dass wir da wieder Flax geerntet haben. Wir müssen Flaxhalme herstellen. Eigentlich macht das die Scheune automatisch, aber da ist grad nur eine angestellt. Nein, da wird genug, äh, zu tun haben mit Dünger und den anderen, äh, Kram. Äh, deswegen würde ich da mal gerne Flaxhalme herstellen, damit wir einfach, so, das können wir doch hier auch schon ernten, oder? Das würde ich sagen, damit wir einfach dann, äh, wieder Ressourcen haben für, für unsere Näheren. Wird das im Herbst geerntet? Bestimmt, ja, genau. Wir haben hier vorne nur junge Pflanzen, die haben noch nichts. Aber hier hinten können wir wieder Hopfen ernten. Mach ich jetzt mal schnell. Wo ich jetzt grad hier bin, sonst vergesse ich das nachher. Wo haben wir jetzt alles? Ich glaube, ja. Sieht gut aus, bis jetzt. Schön. Irgendwann stelle ich hier auch mal jemanden ein, der im Prinzip nur dafür da ist, Hopfen zu ernten. Das ist aber, ähm, das machen wir erst, wenn wir so ein bisschen in die Situation kommen, dass wir einfach zu viele Dorfbewohner haben. Und das haben wir bis jetzt noch nicht. Ja, Hopfen kommt hier rein. 592 hatten wir letztes Jahr, 591 dieses Jahr. Schön. Sie läuft von mir weg. Guckt's ja gar nicht. Ist das wieder hier die Prinzessin? Ich glaube, ja. Na klar, Radumila ist die Prinzessin, oder? Da ist er. Sei gegrüßt. Ist dein Treffen gut gelaufen? Ja, alles ist in Ordnung. Ich werde jetzt meine Stimme abgeben, wie versprochen. Danke für deine Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas? Äh, ich habe alles, was ich brauche, zumindest für den Moment. Ich komme zurecht. Mach dir keine Sorgen um mich. Hier nimm diese Getränke. Ich habe den Rest Wein und Saft in ein paar Flaschen abgefüllt und kann damit nichts anfangen. Sie würden mich nur an diese Enttäuschung erinnern. Pass auf dich auf, Radumila. Okay. Oh, wir haben 240 Dinosaurant bekommen. Schön. So, nächste Quest. Sprich mit Beatspraf. Das ist der hier vorne. Ich habe gehört, dass du deine Stimme für die Wahl des neuen Dorfvorstehers noch nicht abgegeben hast. Werter Herr. Und das habe ich auch nicht vor. Ich werde gar nichts tun, solange mein Leben nicht wieder normal ist. Es ist ein Scherbenhaufen. Dieses Monster verfolgt mich und macht sich über mich lustig. Warum hat es ausgerechnet an meinem Lieblingsorten Gefallen gefunden und nicht an denen von anderen Menschen? Es gibt keine Monster. Vielleicht können dir ein paar Kräuter dabei helfen, dich zu beruhigen. Du denkst, ich bin verrückt? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Heilmitteln einlullen. Ich mag alt sein, aber meine Augen sind noch immer scharf wie die eines Adlers. Es ist wirklich wichtig, dass du deine Stimme abgibst. Das ganze Dorf wartet auf den letzten Stein. Pah, lass sie warten. Du wirst nicht dafür sorgen, dass ich diese Sache so einfach auf sich beruhen lasse. Niemand könnte den Blick dieser Augen jeden Tag aufs Neue ertragen. Meine Stimmenabgabe muss warten, bis sie weg sind. Das sind meine letzten, das ist mein letztes Wort. Uff, das verspricht ein schwerer Fall zu werden. Was müssen wir tun? Da war gerade die Quest, sucht das Monster, was ihn verfolgt und da habe ich schon einen Haken dran bekommen. Hä? Ich habe unbewusst jetzt schon vorher die Quest erfüllt. Was? Verstehe ich nicht. Jetzt soll man mit der nächsten sprechen. Ach, hier mit dem, mit dem Kind. Ist das das Monster? Hallo, Sir. Guten Tag, Herr. Du also bist das kleine Monster, das den alten Fischer drangsaliert. Monster? Meine Mama nennt mich manchmal so, wenn ich nicht ins Bett will. Aber ich mache gerade gar nichts Schlimmes. Ich spiele nur. Warum bist du nicht bei deinen Eltern? Wissen sie, wo du bist? Die sind mit der Wahl beschäftigt. Außerdem ärgert mich meine Schwester äh, du Brochner. Du Brochner, Alter. Andauernd. Und ich will nicht, dass, ich will nicht da sein, wo sie ist. Ich bin lieber hier. Was muss ich tun, damit du näher bei deinem Zuhause spielst? Du könntest meine Schwester einen vergammelten Apfel ins Gesicht reiben. Das sollte reichen. Klingt verlockend, aber nein. Dann bewege ich mich kein Stück. Mir gefällt es hier. Ich muss mal, ich muss was Neues lernen und brauche Platz. Das werden wir ja noch sehen. Du kleiner, du kleines Monster. Befrage Bitswaff zu dem Jungen. Okay. Ey, warum muss ich hier eigentlich immer der Therapie-Boy für alle sein hier? will ich dir das nicht selber irgendwie hin? Wie sieht es, wie es aussieht, kann dein Monster reden. Es ist dein kleiner Junge. Hättest du das nicht selbst herausfinden können? Das sagt sich so einfach. Es ist trotzdem ein Monster. Kinder sind gnadenlos. Mein eigener Sohn hatte nie auf mich gehört. Er geriet in Schwierigkeiten, weil er gestohlen hatte und musste deshalb in die Armee des Fürsten. ist ja cool. Bin auch in die Armee. Seitdem habe ich den Jungen nicht mehr gesehen. Jetzt ist er für immer weg, seit Jahrzehnten schon. Er wäre auch kein guter Fischer geworden, aber wenigstens würde er noch leben. Ich habe es nie gewagt, noch einen zu haben. Also, wo war ich? Hast du den Jungen verjagt? Er ist nur dann bereit zu verschwinden, wenn ich seiner Schwester vergammelte Äpfel ins Gesicht reibe. Nein, nein, nein. Wag es nicht, diese Kinder anzufassen. Das sind die Nichte und der Neffe vom Dorfvorsteher, Ludomir, würde meine Essensration streichen und mich aus meinem Haus werfen, wenn den beiden Rotznasen etwas zustößt. Die Regeln dieses Dorfes sind eindeutig, respektiere deine Nachbarn, verletze oder störe sie nicht. Das schulde ich, Ludomir. Ich kann nicht verlangen, dass er die Kinder seines Bruders bestraft, weil sie anstrengend sind. Wenn der Junge zu stur ist, kann das Mädchen die Situation vielleicht erklären. Ja, ja, geh und rede mit dir, aber sei bewutsam, sie ist mit jemandem wichtigen Verwandt, glaube ich. Alter, diese Quest-Dialoge sind halt immer zu wild. Einfach zu wild. So, jetzt sollen wir mit Dro-Do-Brochner reden. Alter, was hat die denn für einen festlichen Namen? Zehn Jahre. Na, viel Spaß. Du musst Schwester sein. Weißt du, warum dein Bruder so viel Zeit von zu Hause entfernt verbringt? Ist seine eigene Schuld. Er hat's verdient. Mein Armer bei Bina ist verloren wegen ihm. Das werde ich ihm nie verzeihen. Unsere Eltern waren auch wütend, weil sie ihm gar nicht erlaubt haben, das Dorf zu verlassen. Er ist jetzt auf uns alle wütend, weil unsere Eltern uns verboten haben, das Dorf zu verlassen. Er gehorcht nicht und kommt nur noch selten nach Hause. Er gibt mir die Schuld für alles. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ihr zwei euch wieder vertragt? Ich verzeihe ihm, wenn bei Bina zurück ist. Sie ist mein Lieblingsspielzeug. Ich vermisse sie ganz toll. Ich könnte nachher suchen. Wann wurde sie zuletzt gesehen? Sie ist eine kleine Stoffpuppe. Sie ist über die Felsen über den Plantagen gesprungen, als er sie verloren hat. Er sagt irgendein... Irgendein Heilen? Er sagt irgendein Heilen, hätte ihn erschreckt. Da muss er sie verloren haben. Richtig. Ich hoffe, sie wurde nicht gefressen oder in Stücke gerissen. Ich schaue mir das mal an. Was ist denn ein Heilen? Google. Also ich google dazu nichts. Keine Ahnung, was ein Heilen ist. Falls ihr mehr gegoogelt habt oder zufällig wisst, was das sein soll. Also es hört sich irgendwie an, als ob das irgendwie... Ich weiß nicht, Folklore, polnische Folklore oder sowas ist. Was ist denn ein Heilen? Oder ist das halt einfach nur schlecht übersetzt oder so? Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Also der hat hier auf den Felsen über den Plantagen gespielt. Und irgendwo hier? Backgebiet entdeckt Wolf. Aha. Irgendwo hier soll... ...die Puppe sein. Kann ich das vielleicht hier in der... Nee. Ich glaube so... So Loot, der auf dem Boden liegt, der wird da gar nicht angezeigt. Wenn ich hier in dieser Vision bin. Ach hier, guck mal. Da ist er doch. Schön. Ich glaube, das hier über dir, Kleiner. Da ist sie. Da ist sie wirklich. Aber Igitt bei Bina braucht ein anständiges Bart. Sie stinkt schlimmer als unser Fisch an einem heißen Tag. Und sie ist klebrig. Ich verberge... Ich vergebe... Ich werde ihn nicht mehr ärgern. Er kann zurückkommen, wenn er will. Aber ich glaube, das macht er sowieso nicht. Warum das? Er ist nicht wegen eurer Streitzwecke laufen? Ist er aber. Er will trotzdem ein Fischer werden. Er kommt nur zum Schlafen nach Hause und verschwindet bei Tagesanbruch. Was halten eure Eltern davon? Sie interessiert nur, dass wir versorgt und sicher sind. Seine Entscheidung nehmen sie hin. Warum sollten sie etwas... Warum sollte sie etwas anderes kümmern? Wir können machen, was wir wollen. Es gibt ein paar einfache Regeln. Wie ärgert niemanden? Tut niemanden weh? Steht nicht? Geht nicht zu weit vom Dorf weg? Geratet nicht in Gefahr? Schon gut, schon gut. Ich habe verstanden. Das reicht. Jetzt müssen wir mit zu... Wie spricht man diese Namen aus, ey? Da ist er. Mit dem Wasser und fischt. Ich habe die Puppe deiner Schwester gefunden. Sie ist dir nicht mehr böse. Ist das wirklich wahr? Du hast das Unmögliche geschafft. Ich war sicher, sie wäre im Bauch von einem Wolf gelandet. Vielen Dank. Ich kann wieder mit meiner Schwester spielen. Sie ist nicht nachtragen. Du kannst endlich nach Hause zurückkehren. Aber ich will nicht in meinen Alltag zurückfischen. Das ist viel interessanter, als das Arbeiten auf den Feldern und den Plantagen. Das werden deine Eltern entscheiden. Aber denen ist das doch egal. Sie finden sicher jemand anderen, der meine Arbeit übernehmen kann. Ich will einfach nur ein Fischer sein. Das ist meine neue Bestimmung. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich den alten Fischer nachmache. Aber es ist wirklich schwierig. Er beobachtet mich manchmal, aber er kommt nie näher. Ich glaube, das ist vielleicht irgendein geheimer Fischertest, den ich bestehen muss. Eigentlich möchte er wirklich nur nicht in deiner Nähe sein. Deshalb hat er mich darum gebeten, dafür zu sorgen, dass du gehst. Oh, verstehe. Dann nimm diese Werkzeuge. Ich brauche sie nicht mehr. Wie du meinst. Okay. Jetzt hat er keinen Bock mehr, Fischer zu sein, weil der richtige Fischer keinen Bock auf ihn hat. Auch ein bisschen traurig, ne? Auch ein bisschen traurig, finde ich. So, jetzt... Jetzt sprechen wir nochmal mit Beats. Brav. Der Junge wird deine Lieblingssorte nicht länger aufsuchen. Deine Lieblingssorte. Sorte. Boah. Deine Qualen sollten jetzt ein Ende haben. Das ist Musik in meinen Ohren. Tausend Dank. Ich kann endlich zum Tagesgeschäft zurückkehren. Ich habe ohnehin schon genug Zeit verschwendet. Du scheinst ein Hähnchen für Kinder zu haben. Ich hätte keinen besseren für die Aufgabe finden können. Es ist nicht schwer, man muss nur zuhören. Er hat mir einfach etwas von seiner Ausrüstung zurückgegeben. Was meinst du damit? Gestohlen hat er auch noch? Warte, das gehört mir nicht. Diese Angeausrüstung ist winzig. Wie für ein Kind gemacht. Dann hat er sie wahrscheinlich selbst gemacht. Der Junge hat darüber nachgedacht, Fischer zu werden. Deshalb hat er dir so... so genau zugesehen. Er wollte nur lernen. Ich muss ihn zurückholen. Sag ihm, er soll zurückkommen. Ich muss mit ihm reden. Gerade hast du mir noch gesagt, ich soll ihn loswerden. Mein Teil ist getan. Jetzt bist du selbst an der Reihe. Richtig, natürlich. Ich werde meinen Teil tun und sofort abstimmen. Wie versprochen. Und kümmere dich nicht weiter um Zibir. Ich rede selbst mit ihm. Er scheint etwas anders zu sein, als die anderen Kinder in seinem Alter. Das ist er wirklich. Ich glaube, ihr beide könntet euch gut verstehen. Alter. Ich quatsche wieder zu viel. Erstatte Bruno mir Bericht. Hallo. Die verbliebenen Dorfbewohner sollten ihre Stimme bald abgeben. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich fange sofort mit den Vorbereitungen an. Das ist so aufregend. Zum ersten Mal wird die Auszählung der Stimmen von Bedeutung sein. Vielen Dank. Du bist ein wahrer Freund. Bostoyas. Besuche uns in der nächsten Jahreszeit wieder, um die Ergebnisse der Wahl zu erfahren. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wir sehen uns dann. Okay. Warte bis zur nächsten Jahreszeit. Wie immer. Erstmal reite ich jetzt zurück, weil es ist schon spät. Und ich muss ins Bett. Meine Frau vermisst mich schon. Wasserfall-Action. Oha. Oha. Fährt, fährt, fährt. Ja, fährt. Komm, komm, komm. Feuer, komm, komm. Fährt, komm. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ohne Damage überlebt. So, Kontrollbesuch auf den Feldern. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Guck mal, was alles schon passiert ist, ne? Also, Mohn wurde geerntet. Und es ist auch schon wieder gedüngt. Krass. Und Hafer wurde auch geerntet. Es ist auch schon wieder gedüngt. Kohl wurde noch nicht geerntet. Und hier wurde mit der Aussaat angefangen. Schön. Stimmt, ich wollte, äh, äh, Leinen, äh, hier, ähm, Flax, Flax, äh, Dreschen. Hafer können wir auch dreschen. Haben wir ja auch noch. Mohn können wir auch dreschen. Ich hab auch noch Weizen zu dreschen. Krass. So, erst mal den Mohn. Also, aus einer Mohnpflanze bekommen wir zwei Samen. Okay, das ist auch nicht viel. So, und Weizen hatten wir noch, ne? Das muss ich auch noch dreschen. Weizen, Weizen. 931 Weizen. Na, das, das wird ein bisschen was geben. Oh, wir sind bei der Technologie kurz vor Bienenstock. Interessant. Hab ich noch nie gebaut. Wird's, das wird's interessant. Wir dürfen uns auch einen Ort aussuchen, wo wir Bienenstöcke aufstellen. Am besten irgendwo, wo es auch blüht, ne? Damit das Ganze auch optisch so einen Sinn macht. Vielleicht auch hier so ein bisschen so hin. Hm, das könnte was werden. Ich sowieso mit dem Platz so ein bisschen struggle. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas hin. Hier könnte auch einer hin. Ah. Also, wir haben jetzt schon eine Menge Weizenbrote gebacken. Ich nehme mal ein paar mit zum Essen. Für mich. So ein ganzes Brot macht bestimmt auch heftig satt. Ja. Einmal auf 100. Wir können uns mal das Kalb angucken. Das neue. Was tut das neue? Ja, du bist das neue Kälbchen. Schön. Haben wir sonst noch einen Kalb? Oder sind jetzt alle groß? Wir haben auf jeden Fall zwei Bullen, was mich so ein bisschen verwundert. Stier und Stier. Ne, wir haben nur einen Kalb. Ja, den einen Stier, den älteren, können wir eigentlich verkaufen. Für 450. Okay. Boah, hier gibt es ja auch noch Dunk. Stimmt. Hier können wir auch noch ausmisten. Kacki, man ist wieder am Start. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich im zweiten Pferdchen noch gar nicht eingestellt habe, dass da Wolle produziert werden soll. Wie lange haben wir jetzt den schon, den Pferdchen? Schlecht. Ist einfach nur schlecht. Naja. Wolle ist pures Geld. Naja, gut, also ich habe so ein bisschen wieder ins Spiel hineingefunden. Wir haben so ein bisschen Probleme gelöst im Dorf. Wir haben die Quests weitergemacht in Osthoja. Und ich würde sagen, das war es schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Ich bin wieder, ich bin wieder da. Ich bin wieder ein bisschen reingekommen ins Game und freue mich schon auf eure Kommentare, freue mich auf die Likes und vielleicht lasst ihr auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut, und bis dann. Ciao. You can see them riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you better go take it. Always, they need a new reply.